Seit 2010 ist Christoph Hasselmeier in Diensten der Spielvereinigung Ansbach unterwegs. Viele Jahre führte er die 0-9er als Kapitän aufs Feld und schoss auch jede Menge Tore. Den Höhepunkt erlebte der inzwischen 32-Jährige aber in der Saison 2021-22, als er als Trainer mit der Spielvereinigung Ansbach in die Regionalliga aufstieg. Gegen den TSV Buchbach sitzt Hasselmeier nun das letzte Mal als Coach auf der Bank der Mittelfranken, bevor er die Position als sportlicher Leiter einnimmt, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Neuer Trainer wird sein aktueller Co, der 24-Jährige Niklas Reutlhuber. Zum Abschluss will Hasselmeier natürlich nochmal einen Sieg seiner Mannschaft sehen und die war von Beginn an für ihren Coach alles rein. Wir sind noch in der ersten Minute, als Ansbach im eigenen Stadion kontert. Michael Speer bedient Pepe Bregner, der trifft die Kugel im ersten Versuch zwar nicht, versenkt sie aber im zweiten. Handgestoppte 43 Sekunden waren da im Übrigen gespielt und Buchbach hatte zu allem Überfluss auch noch Anstoß. Und die Elf von Aleksandru Petrovic hatte Glück, dass sie nach 10 Minuten nicht schon mit 0-2 oder 0-3 hinten lag. Felix Junghahn parierte mehrfach richtig stark. In der 25. Minute mussten die Hausjahren dann verletzungsbedingt wechseln. Für Michael Kleinschroth kam Patrick Kreuz in die Begegnung und auch jetzt blicken wir wieder auf die Uhr. Denn es vergehen nur 34 Sekunden, bis der 29-Jährige mit seinem dritten Ballkontakt mustergültig das 2-0 vorbereitet. Speer verwertet die Hereingabe per Kopf. Fünf Minuten später rollt der nächste Ansbacher Angriff aufs Gästegehäuse zu. Wie schon beim zweiten Treffer geht's über links. Erneut findet die Flanke Speer, der wieder Mutterseelen alleine steht und artistisch den Doppelpack schnürt. Der Tabellenletzte aus Buchbach, der zwar in den letzten Wochen auch kaum punkten konnte, aber zumindest phasenweise anschauliche Leistungen zeigte, an diesem Samstagnachmittag unterirdisch. Zum Seitenwechsel hätten die stark aufspielenden Ansbacher eigentlich sogar noch höher führen müssen. Und auch in Hälfte 2 änderte sich nichts am Spielverlauf. Ansbach kontrollierte und hatte Chancen. Junghann mit Abstand, bester TSV-Akteur. In der 60. Minute musste der Keeper dann aber doch zum vierten Mal hinter sich greifen. Und dieses Tor war ein ganz besonderes. Denn der aufgrund eines Kreuzbandrisses lange verletzte Kreuz trifft zum ersten Mal seit knapp einem Jahr für die Spielvereinigung Ansbach. Und weiter ging der Torreigen im Xaver-Berts-Sportpark. Speer mit seinem dritten Treffer des Tages, wunderbarer Heber über Junghann hinweg. Damit war der 23-Jährige an allen fünf Toren direkt beteiligt. In der Folge ließen es die 0-9er etwas ruhiger angehen. Buchbach erspielte sich in dieser Phase dann auch die ein oder andere Torchance. Hatte hinten raus aber dennoch Glück, dass Ansbach das Ergebnis nicht noch weiter in die Höhe schraubte. Natürlich war das aber auch schon so ein desaströser Nachmittag für den TSV, der nicht mehr für ein Statement vor der Kamera bereit war. Auf der anderen Seite erlebte Hasselmeier einen Traumabschied als Trainer. Im Spiel ging es jetzt echt gut und auch vorm Spiel ging es gut, weil wir heute echt nochmal ein sehr, sehr wichtiges Spiel hatten. Schlimm war es am Mittwoch im letzten Training. Da war es schon sehr emotional, aber im Spiel ging es jetzt wirklich gut. Und ich bin natürlich ultra glücklich, dass wir so einen Abschluss hinbekommen haben. Die Jungs haben es super gemacht. Man hat auch von der ersten Minute her gespürt, wie man heute schon hergefahren ist, dass sie es unbedingt wollen. Und ja, ich freue mich einfach, dass ich weiß, dass es hier gut weitergehen wird. Der Sieg war wichtig, aber unser Cheftrainer, letztes Spiel, gibt dann ja eine andere Funktion. Wir freuen uns drauf, in der Funktion dann ihn zu sehen. Und ja, auch mitten mit dem Reutel, mit Niklas dann in neuer Funktion als Cheftrainer. Wir sind alle in Ansbach eine Riesenfamilie und es macht so viel Spaß, Fußball zu kicken einfach. Es hat sich in letzter Zeit zu viel getan, bei mir jetzt persönlich natürlich mit dem Kreuzbandriss. Jetzt bin ich wieder voll da und ja, einfach geiler Tag und geile Leute in Ansbach. Heile Welt also in Ansbach, wo nach dem Schlusspfiff auch noch ordentlich gefeiert wurde. Bei Buchbach hingegen brennt der Baum so richtig. Der Klassenerhalt scheint nach so einem Auftreten noch weiter weg, als der Blick auf die Tabelle ohnehin schon vermuten lässt.